Hallo zusammen! In diesem Video zeige ich euch die Quest die günstige Stelle anzunehmen bei Erbsmagier Kavlein in Dalavan an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Nehmt die Quest gleich mal an. Ist eine allgemeine Klassenquest, die von Mervyn Klassen gemacht werden kann. Allerdings nicht alle. In der Quest beschrieben darf ich jetzt zu verhärten Küste an diese Position. Werde also mit dem Flugmeister zum Racheposten fliegen und von dort aus hinlaufen. Selbst fliegen kann ich noch nicht. Wärts vermutlich auch nie können. So, der Racheposten. Flugzeit nutze ich dazu euch darauf hinzuweisen, dass falls euch meine Videos helfen. Ihr gerne einen Daumen hoch geben dürft oder schrägstrich und mich abonnieren. Was mir auch hilft ist, wenn ihr die Videos teilt und verbreitet. Ich freue mich über alles. Bei der verhärten Küste bin ich schon. Und gleich werde ich auch beim Wacheposten sein. Da bin ich auch schon gelandet. Steige auf mein Überwasserlauf-Mount. Bin geerdet. Kann aber als 3D Fatal Mimic nutzen. Beziehungsweise als Nachtelf glaube ich. Moment, falsches Mount. Ich laufe an dieser Position übers Wasser. Ich gebe die Karte, Map, falls nötig. Und hier werde ich schon erwartet. Ja. West ist dann abzugeben bei Kawam Magusper in bzw. auf der verhärten Küste. In dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Hoff ich konnte euch helfen. Ciao.